So und wieder mein Amazon Paketchen, naja Paketchen, Briefchen eher, na, oh mein Gott, na komm, geh auf, geh auf, was haben wir uns hier bestellt? Bravestar, die komplette Serie, ja, wie müsst ihr mir, äh, ja, hm, ich hab's irgendwann als Kind mal geguckt, das ist schon wirklich lange her, aber diesmal hab ich mir gedacht, jetzt bestell ich mir die DVD mal für, keine Ahnung, was die gekostet hat, 6 Euro, ein paar zerquetschte, Bravestar ist ja auch jetzt nicht wirklich, äh, so die, ah, was haben wir hier drinnen noch? Keine Ahnung, was das ist, irgendwelche verschiedenen Anime-Serien oder was auch immer, ich weiß noch nicht mal, es passt alles auf eine Blu-ray drauf, ich bin echt wirklich verwirrt, weil alle 65 Episoden sowie der Pilotfilm auf einer Blu-ray okay, es ist schon wirklich lange her, dass ich die geguckt habe, aber es scheinen ja wirklich sehr kurze Episoden zu sein, oh mein Gott, warte, Laufzeit Laufzeit, ca. 25 Stunden, jetzt bin ich aber, jetzt bin ich aber echt verwirrt, wie passen denn, passen wirklich 25 Stunden auf eine Blu-ray drauf, also jetzt, jetzt bin ich, jetzt bin ich ein wenig perplexe, okay, jetzt habt ihr die mal gesehen, ich hab die einfach nur so ausgepackt, weil ich die gerade da im Start hatte und hab ich mir gedacht, ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bis dennne dann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020